so einzelne setzen und dann hier solche setzen oder nehmen wir weg nehmen die weg setzen solche sieht besser aus so jetzt kommt noch die nächste frage nämlich das thema säulen für den boden nachher so das reicht von der höhe erst mal brauchen wir jetzt unsere minuten so dann kommt jetzt die große frage ja kümmer und so sieht auch was das auch fast wie gewollt aus so sieht das wie gewollt aus so so ja sehr schön das heißt wir wissen schon mal wie wir unsere türbe bauen jetzt ist die große frage wie kriegen wir den schwebenden block da weg am besten so würde ich sagen so so Okay. 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 Let's go. Das war's. Jetzt wäre es echt liebenswert, wenn jemand diese Steine entfernen könnte. Dann machen wir es halt so. Ach ja, Steine brach ich kann erstmal weg. Dann haut die Steine mal weg. Okay, wir brauchen mehr Lagerfläche für Stein. Dann brauchen wir Aufräumaufträge. Okay, da können wir abreißen. Noch ein Aufraumauftrag. Ach nö, 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 nö. Nö, nö. Die da, lagern erstmal bitte nur Stein ein. Da macht einer einen Abflug, die vier. Lagern solche Steine ein. Jetzt müssen wir wieder micro-managen. Gernst du mal die Warteschlange? Gernst du mal die Warteschlange? Gernst du mal die Warteschlange? Auf, auf! Gernst du mal die Warteschlange? Ihr müsst jetzt nicht alle rennen, um ein einziges Ding bauen zu wollen. Gut. So, dann planen wir den nächsten Steinbruch. Das ist auch immer so pingelig ein bisschen. Das war etwas zu viel. Das war wieder zu viel weg. So. Und nicht bis in den Keller gehen. Das ist immer noch eins zu tief, würde ich sagen. Na gut, machen wir die Treppe dahin. Und sagen, es darf nichts abgebaut werden. Ich gebe mir am besten noch fünf Eisenbahnen in Auftrag. So. 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 Du machst die Dinger noch weg hier. Und du, das Teil noch weg. Was wir ja schönerweise nicht können, ist... So. 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 Bis zum nächsten Mal.